Der macht mir jetzt aber doch relativ oft Schnitte, Fraps. Was ist denn los? Hm? Frapsi! Kackst du ab? Oh, die Welle kommt. Uh, jetzt aber. Boah, fett. Ein Tausender. Ab in die Kasse. Oh, der könnte es noch schaffen zu springen. Juhu! Aber wahrscheinlich auf den letzten Meter. Ja, jetzt macht er einen Abflug. Zehner. So, langsam aber sicher wird es etwas unübersichtlich. Da freut sich Fraps auch wieder. Oh, da muss Fraps viel arbeiten. Bei so vielen bewegten Bildern in so heller Farbe. Oh, ja. Oh, da steigt mir Fraps aufs Dach. Nee, guck mal an. Hier gebe ich... Zack. Nee, für den Einzelnen benutze ich keine Kirsche. Boah, geht der schnell downhill. Hey. Ist ja Wahnsinn. Du, 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 du. Äh. Nervt mir nicht da oben. Ha, der Eimer schafft's keine Zweifelder bis zu Nusshammerhart. Wamm. Weg da. Ja. Ich ruhe auf den billigen Plätzen hier. Zack die Biene, Alter. Und... Geschafft. Autoschlüssel, ne? Ja, David Daves Autoschlüssel. Gucken wir uns den Laden mal an. Krimskramsladen ist wieder geöffnet. Oh, ein extra... Mochen extra auf 20.000. Äh, Gartenlauben liegen einfach so rum. Sind total unnütz im Level. Total unnütz. Äh, so ein Sauger ist Abwehranlage für, äh, Pool. Und ich kann's dir hier Upgrades kaufen, aber ich hab's momentan eh nicht. Ja, 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 ja. Nächstes Level, Junge. Echt fies. Pass auf seine Schienbeine auf. Also, Mini-Spieler, oder was? Oh, guck mal, putzig. Die sind ganz klein. Jawohl, sowas mag ich. Ist mal ein bisschen Abwechslung hier im... ...Alltag. Oh, gefährlicher Fraps-Schnitt mitten im Bauen. Klar, wenn man so klein ist, hat man wenig Chancen. Ähm... Ja? Muss ich hier mal aufhalten, Kollegen. So. Wenn's so nicht geht, dann muss es so gehen. Ah. Du wusst wie, ne? So. Oben auf jeden Fall zumachen. Was wird das denn für ein Geräusch? Achtung! Jo. Na. Oh, das gefällt mir nicht. Komm, gib mir noch einen. Jawohl. Okay. Überall ist jetzt mal ne Grundabwehrreihe. Dreimal kann ich's noch krachen lassen. Das ist okay. Ja, 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 ja. So, da muss noch ein Kürbis hin. So ne Bowling-Bombe. Oh, die erste Welle. So, so. Wahnsinn, wie schnell, hä? Drei Schuss, vier Schuss, fünf Schuss, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, siebzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, hallo, geht's noch? Achtzehn, neunzehn. Boah, so um die zwanzig Schuss. Heftig. Ja, dann machen wir doch mal direkt mal aus. Scheiße, jetzt kommt da ein Bubble da. Fuck. Na, die Nuss wird dran glauben. Ich werde jetzt hier nochmal einen hin. Je schneller um sie besser. Also, so viele Seerosenblätter sind ein bisschen unnötig, aber okay. Oh, 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 oh. Notbremse ziehen. Sind mir eben zwei Nüsse abgenibbelt, hä? Komm mal hart. Und die mampfen sich hier durch. Ja, als wär nix. Machen wir mal den hier. Taube, 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 taube Nüsschen. Oh, durchgemampft. Da kommt Kack drauf. So. Das scheint die letzte Welle zu sein. Tatsache. Ah, lass es, lass es das Lachs hier nochmal. Krachen. So, einfach geht es. Oh. Chili, Schote, beziehungsweise Jalapeno. Zerstört eine ganze Reihe von Zombies. Das Ding ist übelst geil. Boah, da ist so ein fetter Eiswagenfritzer. Da brauchen wir dich auf jeden Fall als Verstärkung. Dich, 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 dich. Ähm, bum 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 bum, dich und dich da. Ja, los geht's. Ah, die Eiswagen, die sind fett. Die haben es auch drauf, hä. So. Äh, Sonnenblumen. Nachschub ist gesichert. Ich weiß, ich will es selber auch. Ich fange eigentlich immer oben an. Da das relativ praktisch ist, hat man es mit der Maus nicht so weit hoch und runter zum klicken. Wenn da oben alles ist. Ach so. Ja, sowas wäre nicht schlecht. Oh, hab ich mir den zu lang gebraucht. Ich hoffe nicht. Du darfst hochkommen. Boah, letzte Sekunde. Dün, 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 dün. Oh. Kacke. Ja. Kein mit der Kohle. Oh, mehr Geld, schneller. Oh, jetzt aber. Boah. Ja. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht. Ja, ja. Kann schon scheiße sein, wenn man so ein langsamer Zombie ist, ne? Boah. Auf dich muss ich aufpassen. Da muss ich gleich eine Abwehranlage... Oh, zwei. Mhm, 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 mhm. So. Jetzt am besten noch verklickt und hier oben. Naja, ist klar. Oh, Fraps. Geh mir denn auf den Knorzen. Moment mal kurz, bitte. So. Einfach mal ne kurze Fraps-Pause gemacht. Dün, 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 dün. Jo, jo. Oh. Okay. Die Grundabwehr steht. Na komm. Okay. Ich warte ja nur aufs erste Auto. Das müsste langsam... Ah, vielleicht kommt sie in der großen Welle. Bin ich gespannt. Man hört's dann auch schon. Es gibt ein Motor-Start-Geräusch. Noch nicht. Okay. Doch, da ist es. Habt ihr das gehört, wer genau hinhorcht? Und das Ding hat einfach übelst Energie. Ja. Chili-Schote macht kurzen Prozess. Die geht nach vorne und nach hinten. Das heißt, wenn da hinten mal einer ist oder so. Ist wirklich sauknapp. Wird habt ihr dann immer noch die Chili-Schote. Endgeiles Gerät, so eine Chili-Schote. Endgeiles Gerät, so eine Chili-Schote, so eine Chili-Schote, so eine Chili-Schote, so eine Chili-Schote. Endgeiles Gerät, so eine Chili-Schote, so eine Chili-Schote, so eine Chili-Schote, so eine Chili-Schote.